herzlich willkommen zur 361 folge du kommst da nicht lang du musst extra da oben herumfahren deswegen hierunter fahren auch nicht du bist der elektronik zug du bist der volksing zug gut und du kannst hierunter fahren also jetzt sogar aus durch oder zu den signal hier unten stark und darüber darüber darunter sagen so und der nächste zug der voll ankommt ruhig da ruhig reinladen können so wir haben hier noch ein fußig vergessen 26 weiter zwei solche acht damit da wollen wir auch noch stunden Move. Ach, die sind schon da. Da scheint das erste Buxi zu kommen, oder da, oder da, ne, das ist tatsächlich das erste Buxi die runterbringt. Du musst doch bitte warten, bis du in den Laden wirst, vorher geht hier nichts voran. So, jetzt haben wir das Problem, da kommt jetzt der zweite Zug. So, jetzt haben wir das erste Buxi. Ich brauche noch mal eine Windkraftanlage rein. So, das heißt, du hier bist jetzt aktuell die wichtigste Baustelle. Betonkiese schon da Arbeiter. So, jetzt bin ich. So, jetzt bin ich. Wir stoppen den Verkauf von Kleidung. Wir haben aktuell nicht mehr genügend. Wo ist das Problem, ja? Wo willst du hinfahren? Warum fährst du nicht hin? Jetzt kann ich ja gar nicht nachvollziehen, warum du jetzt da nicht hinfahren wolltest. So, jetzt bin ich. Weil die unten stehen. Kannst du mal wieder weiterfahren? Ich schalte dich dann dem Ding nach. Ich schalte dich dann nicht mehr. Ich schalte dich dann auf die Einschränkungen. Ich schalte dich jetzt hier nicht mehr. Ich schalte dich dann auf die Einschränkungen. So, jetzt kannst du da reinfahren. Ich glaube, ich habe dich noch rechtzeitig. Ja, gut, jetzt habt ihr natürlich keine Arbeit da drin. Aber ihr braucht eh Chemikalien dann. Okay. Fahrt jemand da mal weg. branches Amen. Mann, fahr doch einfach rüber. Warte, wenn jetzt unsere beiden Züge kommen, die da Personen antransportieren sollen. Ich brauche 4 Polverparzeugen an. was du hast du ist voll du willst mich doch jetzt nicht ernsthaft verarschen oder was du ok oxid alles drinne arbeitslosigkeit ok gab paar kleine schwierigkeiten sollte jetzt wieder besser werden haben ein kleines problem was so geht betrifft was das größte problem ja hier braucht jetzt hier kohle und chemie dann könntet ihr theoretisch sie wollen sie noch ein kohle speicher wenn wir uns kohle ran holt dann wird uns jetzt ziemlich zeitnah das verlaufen wir brauchen noch eine neue lebensmittel fabrik wir brauchen die chemikalien fabrik 9 Tiere bzw. Fleisch das geht ok da kann einer werden wir vielleicht rausfahren so 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 mit 217 tonnen ist natürlich nichts und wir haben jetzt natürlich auch ich sage mal von der bevölkerung 40 55.000 das ist fast auf 60.000 fast ein drittel mehr bevölkerungszuwachs bekommen und ab da passt unser linkszug da nicht mehr rein gut also nächste folge machen wir das und deswegen bedanke ich mich das mal fürs zutun würde mich freuen dass nächstes wieder mit dabei soll ich mir darauf anzeigen tschüss bis zum nächsten mal